Schoba Isar 42cm Design Männlich Motorführer und Beigeknoffen, sehr schönes Penning Gutes Zooming, kriegt noch eine schöne hinterlichte Kopfzeichnung Entmarserie kann 70cm schaffen, das ist kein Problem Sehr gutes Erscheinungsbild, also das Gesamtbild ist sehr schön Wenn die Kopfzeichnung noch da ist und die ist schön hinterlegt dann wäre das ein ganz schöner ausgewöhnter Fisch